Hallo, ich möchte kurz eine kleine Öffnungsfalle vorstellen, die als Schäfermatt bezeichnet wird. Das ist eine Falle, die sehr gut gegen Just-for-Fun-Spieler funktioniert. Es geht los mit dem Bauern von dem König. Zwei vor, also sehr gebräuchlich. Schwarz macht nicht selten das Gleiche. Jetzt geht die Dame raus, greift den Bauern an in der Mitte. Normalerweise kümmert sich Schwarz um diesen Bauern, entdeckt ihn mit dem Springer. Dann kommt der weiße Läufer raus. Und nun stellt der weiße eine kleine Drohung auf, eine Mattdrohung nämlich. Und wenn der Schwarze das nicht sieht und beispielsweise seinen zweiten Springer rauszieht, um die weiße Dame anzugreifen, wird dann nicht selten gespielt. Dann kann weiß jetzt eben hier reinschlagen. Die Dame ist vom Läufer gedeckt. Und der König ist angegriffen und kann das Schad nicht mehr abwehren, also ist er matt. Im nächsten Clip zeige ich dann, was der Schwarze besser dagegen getan hätte. Erstmal. Jaw oui. Untertitelung des ZDF, 2020